Hallo und herzlich willkommen bei von Burgunds auf Reisen. Dieses Mal berichten wir aus dem wunderschönen Hinterland von der Costa Blanca, direkt aus einem orangen Plantagenfeld um mich herum. Ich komme mir vor wie im Garten Eden, frische Orangen und reif und fruchtig und saftig und wir dürfen sie sogar alle pflücken, ganz einfach nur deswegen, weil wir zufälligerweise gerade in der Nachbarschaft dieses Bauernwohnen. Eigentlich ist es natürlich verboten auf den orangen Plantagen rumzulaufen, aber dadurch, dass wir das jetzt dürfen, haben wir uns überlegt, zeigen wir euch mal, wie so ein Spaziergang auf der orangen Plantage ist. Auf geht's!